Die DLG Test Service verfügt in Großumstadt über einen der größten und leistungsfähigsten Allradrollenprüfstände weltweit. Damit können wir Leistungs- und Verbrauchsmessungen an schweren Radfahrzeugen aller Art durchführen. Wir testen heute erstmalig eine vollelektrische Sattelzugmaschine mit Oberleitungsabnehmer. Beim Forschungsprojekt LifePlus, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und durch VDI, VDE geht es darum darzustellen, dass ein batterieelektrischer Antriebsstrang in ein vorheriges Verbrennerfahrzeug integrierbar ist und außerdem mit einem Pantografen versehen werden kann, um die Reichweite von batterieelektrischen Fahrzeugen auf deutschen Autobahnen zu steigern. Es sind unterschiedliche Prüfungen. Es ist einmal eine Prüfung der Dauerbremsleistung, wo Energie vom Prüfstand in die Maschine reingebracht wird und wir machen Leistungstests. Das heißt, volle Leistung, maximale Leistungsabgabe der Maschine und Dauerleistung. Wir haben höhere Drehmomente schon ab kleinen Geschwindigkeiten. Auch die maximale Leistung hier bei dieser Maschine geht weit über die 300-400 kW hinaus. Von der Prüfung heute versprechen wir uns einerseits, unser Konzept zur Dauerbremse zu validieren, aber auch valide Ergebnisse für die Nutzleistung bzw. die Dauerleistung zu generieren. Nutzen Sie den DLG Rollenprüfstand für entwicklungsbegleitende Tests und Validierungen, aber auch für Homologationsprüfungen von großen und schweren Fahrzeugen. Untertitelung des ZDF-D Selects